Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen zu einem Video, das sich einige von euch gewünscht haben. Xiaomi ballert ja mehr neue Smartphones raus als mir fällt kein schöner Vergleich ein. Ach doch, als Samsung damals in der Höchstzeit. Als Samsung und Huawei zusammen, zu besten Zeiten. Genau. Und da fällt es natürlich ab und an schwer, noch den Überblick zu behalten. Dafür haben wir bald ein sehr, sehr cooles Video für euch, wo wir auch mal jemanden von Xiaomi fragen können, habe ich gehört. Jetzt müsst ihr aber mit uns Experten Vorlieb nehmen. Wir haben uns nämlich die Mi 10T Reihe angeschaut. Letztes Jahr war es ja so, erst Mi 9T, dann Mi 9T Pro. Ich glaube, es gab gar kein Mi 9T Lite. Aber dieses Jahr sind sie wirklich in die Vollen gegangen. Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite. Wobei das Lite hier ist, das Pro hier und das 10T in der Mitte. Eigentlich finde ich, muss man das 10T Lite so ein bisschen separieren von den anderen beiden. Ja, bin ich bei dir. Die anderen beiden, also um da mal schnell anzufangen vielleicht, die sind sich sehr, 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 sehr ähnlich. Bis auf die Kamera, wo wir 108 Megapixel beim Pro haben und nur 64 Megapixel beim Mi 10T, gibt es keine wirklich großen Unterschiede zwischen den beiden, oder? Naja, wir könnten jetzt so noch vom RAM anfangen, weil das Pro halt die 8 hat und die 6, aber ich bin total bei Franz. Wobei es auch zwischen dem normalen und dem Lite noch mal Parallelen gibt. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die beiden kann man im Prinzip fast zusammenbleiben. Und das nicht nur preislich, weil, vielleicht das direkt zur Einordnung, Xiaomi sagt bei der Mi 10T Reihe, Preis-Leistung, Preis-Leistung und das irgendwie, gut, das sagt Xiaomi irgendwie immer bei jedem, über Smartphones. Was haben wir da für Preise? Nur mal zur Einordnung für mich noch mal. Ich glaube, UVP-Preis, das sind jetzt... 280, glaube ich. Genau, 279 war es beim Lite. Ich glaube dann, was waren es? 400 und 500 bei den anderen Geräten. Natürlich nicht. Also das sind jetzt die aktuellen Marktpreise. Also mittlerweile sind wir bei 400 und 500 angelangt. Die sinken und das ist auch gut so. Weil ich nehme das schon mal vorweg. Das sind alles drei grundsolide Smartphones. Vor allem das Lite gefällt mir ziemlich gut. Aber die UVP, beim Lite jetzt nicht, aber bei den anderen beiden, die war viel zu hoch angesetzt für das, was sie können. Ja, bin ich bei dir. So, deswegen freuen wir uns, wenn jetzt die Preise fallen. Wie wollen wir das machen? Was sie ähnlicher sind oder wo sie sich unterscheiden? Ich würde sagen, wir frühstücken jetzt erstmal kurz das Mi 10T und das Mi 10T Pro ab. Wir hatten ja eben schon das mit der Kamera und da kann ich, da können wir euch sagen, ja, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied bei der Kamera. Also was das Thema Bildschärfe angeht. Low-Light-Performance finde ich vor allem ist beim T Pro ein bisschen besser als beim Mi 10T. Der Unterschied ist nicht riesengroß, aber er ist da. Also das ist halt der Sensor, den man zum Beispiel auch vom Mi 10 Pro kennt. Und ja, die Kamera ist besser. Das ist hier nämlich dieser 108-Megapixel-Sensor von Samsung. Dieser ISO-Cell, was auch immer sie da rausgebracht haben. Das ist das, womit Xiaomi das Gerät von dem vor allem natürlich vom normalen abgrenzen will, indem sie sagen, hier sind wieder 108 Megapixel und die sollen toll sein. Und wann kriegt ihr mal 108 Megapixel in einem Smartphone? Das ist der Unterschied. Das Ding macht schon mal die besseren Bilder. Ja, da holt es auch noch mal viel mehr raus. Jetzt kommt aber das, was mich so ein bisschen irritiert. Das normale Mi 10T und das Mi 10T-Light haben wieder einen altbekannten 64 Megapixel-Sensor. Und es ist der gleiche. Es ist der, was ist, genau, es ist bei beiden der gleiche Chip drin. Dieser Sony XM-682. Der, nur um das zu sagen, den kennt ihr zum Beispiel auch aus dem Mi Note 10 Lite oder dem Poco. Jetzt wollte ich es nämlich sagen. Jetzt kommt nämlich das, wo ich mich auch freue, dass die Preise sinken. Beim Mi 10T-Light, wenn man da sagt 280 Euro und du hast oder 250 inzwischen und du hast den gleichen Sensor drin. 240 sogar. Und viele haben mir geschrieben, sie haben das über den Black Friday für 190 Euro bekommen. Genau das. Dafür ist das natürlich ein geiler Deal. Ich habe Schleichwerbung für den V-Lens-Kalender. Da werden wir einmal gucken. Das habe ich auch zugeschlagen. Weil für 200 Euro das Ding. Aber es ist der gleiche Hauptkamerasensor wie im Poco X3, was ja sowieso schon für um 200 Euro inzwischen angesetzt war. Jetzt habe ich aber hier so ein Gerät, 400 Euro, doppelt so viel, das den gleichen Kamerasensor hat. Das ist so diese Ähnlichkeit, wo diese Reihe es uns nicht ganz einfach macht. Also der bekannte 64 Megapixel-Chip oder Sensor ist jetzt nicht schlecht. Aber, das will ich damit sagen, das Ding gibt es auch in schon der deutlich geringeren, günstigeren Preiskategorie. Absolut. Also die beiden hier haben natürlich zusätzlich noch das hochwertigere Design. Wir haben hier den Aluminiumrahmen und die Glasrückseite. Beim Light ist es nur die Glasrückseite und ein Kunststoffrahmen. Aber auch die Farbe Gold, Rosé, Blush oder wie auch immer sie heißt. Also hier ein wichtiger Hinweis, wenn ihr euch das Mi 10T oder das 10T Pro holt, holt euch bitte Luna Silber. Ihr bekommt hier jetzt eine Nachaufnahme zu sehen. Es ist nämlich matt und fühlt sich deutlich besser, deutlich hochwertiger an. Ist nicht so anfällig für Fingerabdrücke. Ansonsten, wie gesagt, die beiden haben einen 5000 mAh starken Akku. Super Akkulaufzeit. Natürlich, wie viel Watt Fast Charging? Jetzt schlag mich. 33 hat die ganze Reihe. Genau. 33 hat die ganze Reihe. Und das nur. Kabel gebunden hat keiner. Also kabellos hat keiner. Alle darf in 33 Watt. Wireless Charging hat keiner. Und dann ist halt noch der große Unterschied. Beide haben das gleiche Display. 6,67 Zoll. 144 Hertz. Was ich in einem anderen Video fälschlicherweise schon mal falsch erwähnt habe. Mi 10T Lite hat nur 120 Hertz. Also das sind jetzt so die Unterschiede. Um das jetzt hier oder ein bisschen Ordnung hier reinzubringen, fangen wir mit dem günstigsten nochmal an. Also die Specs haben wir jetzt durch. Das ist meiner Meinung nach ein richtig tolles Smartphone. Haptik ist in Ordnung für so ein günstiges Mittelklasse-Smartphone. Aber der ist sogar sehr gut, weil die anderen das nicht mehr machen mit den Glasrückzeiten. Die Kamera ist für das Geld absolut in Ordnung. Die Akkulaufzeit ist klasse. Der Prozessor ist super. Der Snapdragon 750G. Ist ja relativ neu, aber 5G fähig. Für 200 Euro. Also das sagt ja schon alles. USB-C. Wir haben sogar einen Infrarot-Port. Performance, was ich da noch nicht gesagt habe, ist auch klasse. Wir haben 6 GB RAM. Das reicht absolut aus. Der Speicher kann erweitert werden. Alternativ haben wir natürlich auch Dual-SIM. Android 10 Update auf Android 11 wird kommen. Wenn man was kritisieren möchte, dann halt, dass es sehr schwer ist und ein kräftiges Smartphone, dass die Displayränder etwas dünner sein könnten. Aber ansonsten auch hier, das Display ist okay. Lasst euch nicht von diesen 120 Hertz täuschen. Mir wäre da immer noch lieber ein OLED-Display mit 60 Hertz, wie wir es zum Beispiel im Mi Note 10 Lite drin haben. Aber nichtsdestotrotz für 240 Euro okay. Für die 200, die du da gezahlt hast, phänomenal gut. Das ist es. Diese 120 Hertz beim Display. Das ist aber auch das Positivste beim Display. Dass es wirklich so flüssig ist. Das Display ist kein besonders schönes Display. Man hat viele Ausleuchtungen. Es ist halt qualitativ. Merkt man, dass es nur ein sehr, sehr, sehr einfaches Panel ist. Das möchte ich sagen. Die 120 Hertz sind toll. Und das Ganze ist dem Preis auch angemessen. Nur wenn ich mir wieder was wünschen dürfte, dann hätte ich persönlich eher auf diese 120 Hertz verzichtet und ein solideres Panel eingebaut als dieses nicht wirklich schönes Display. Würde im Endeffekt natürlich aber auch mehr kosten. Ist die Frage. Das würde mich mal sehr interessieren. Du nimmst ein blödes Display, packst aber 120 Hertz rein oder der Aufpreist zu. Ich kann dir sagen, ein ordentliches Display würde mehr kosten. Also das Display im Mi Note 10 Lite kostet definitiv mehr als dieses Display. Ja, aber das ist ja dann auch ein schöneres Display. Also deswegen was. Für den Preis passt es. Ja, aber man sollte sich im Klaren sein. Panel ist halt das, wo ich ein bisschen jammere. Genau. Und schaut euch im Vergleich unbedingt auch das Mi Note 10 Lite an, weil das ist in letzter Zeit auch stark im Preis gesunken. Und für mich persönlich auch, wenn es kein 5G hat, doch vor allem wegen dem Display das etwas bessere Gerät. Aber wie gesagt, ist in Ordnung. Ich tue mich mit den anderen beiden dann ehrlich gesagt etwas schwerer, weil ich war letztes Jahr ein riesiger Fan vom Mi 9T und ich war auch ein großer Fan vom Mi 9T Pro, aber die hatten ein OLED-Display. Hier jetzt haben wir dieses 144 Hertz IPS Display und es ist so ein bisschen, wie das Fault hier eben schon angedeutet hat, qualitativ sind diese beiden Displays, also jetzt mal abgesehen von den 144 Hertz, die man natürlich merkt, ja, das ist schön, das ist geil. Aber qualitativ sind die Displays nicht viel besser als das vom Light-Modell und da sind wir halt hier bei 400, 500 Euro. Hört auf den Mann! Wenn ich da wieder zurückdenke an das Mi 9T Pro, was ja ein OLED-Display hatte, 60 Hertz, aber mit toller Helligkeit, toller Ausleuchtung, toller Farbwiedergabe, wäre mir fast dieses Display lieber. Vielleicht mit 90 Hertz. Das ist das, was ich meinte. Xiaomi war letztes Jahr so toll, hat überall wirklich tolle, solide OLEDs eingebaut. Und dieses Jahr gehen sie steil und sagen, piep auf OLED, wir machen LCD-Panels rein, aber dafür 144 Hertz, aber die dann halt von der Qualität für den Rest murk sind. Und das ist das, was wir in anderen Videos auch immer sagen. Deswegen, wo wir uns bei gewissen Obstherstellern sagen, ey, das sind tolle Panels. Gut, da sind wir preislich auch in einer anderen Region, muss man fairerweise sagen, aber da sagen wir ja auch und sagen, hey, da sind uns diese tollen Panels lieber, als dass ich eine hohe Bildwiederholrate habe. Und hier sehen wir einfach genau das Gegenteil, wo ich die hohe Bildwiederholrate habe, aber keine schönen Panels. Und das muss sich die Mi 10-T-Reihe echt gefallen lassen, was beim kleinen okay ist, was dem Preis angemessen ist, ziehe ich den beim normalen 10T und beim 10T Pro ziehe ich den die Uhren lang. Sorry, und da muss man sich im Klaren sein. Ihr habt es schön und schnell und flüssig, aber halt nicht besonders gut. Der Punkt ist eben, er hat eben den Vergleich zu Apple gebracht. Was? Man muss ja gar nicht den Vergleich zu Apple machen, man muss einfach mal den Vergleich Xiaomi intern machen, weil, was ja viele vergessen und viele gar nicht auseinanderhalten können, es gibt ja auch noch ein Mi 10 und ein Mi 10 Pro. Und das Mi 10 Pro ist jetzt preislich auch gesunken, also das ist gar nicht mehr so weit weg, aber beim Mi 10 sind wir hier ja voll hier drin. Und ich sage euch, ich würde ein Mi 10 vorziehen, weil das Mi 10 hat halt dieses 90 Hz OLED-Display, deutlich besser als es hat. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Lautsprecher sind hier gut, sind beim Mi 10 aber auf jeden Fall auch noch mal besser. Es hat die gleiche gute Akkulaufzeit. Die Smartphones haben wirklich eine tolle Akkulaufzeit. Es ist genauso hochwertig und es hat einen richtig guten In-Display Fingerabdrucksensor, während wir hier den Fingerabdrucksensor in den Rahmen integriert haben, weil das halt mit so einem LCD-Display nicht geht. Also ich prognostiziere, dass die beiden Mi 10 und Mi 10 Pro in naher Zukunft noch stark im Preis sinken werden. Dann kann sich das alles ändern, was wir jetzt gesagt haben. Aber Stand jetzt sind das solide Smartphones, die allerdings beim Display echt nicht zeitgenäß sind. Ich würde eher zum Mi 10 greifen. Wo ich die Dinger wieder total lobe, damit es nicht heißt, das Faultier mag die Displays nicht. Prozessor. Klar. Also ich meine, dass wir bei denen für die Preise Snapdragon 865 haben. Mit dieser Performance. Also gar keine Frage. Das ist fix. Also es ist wirklich schnell. Und vor allem das preislich da schon, dass wir bei 400 Euro beim Snapdragon 865 angelangt sind. Das ist wieder das, was Xiaomi echt kann. Diese Preisnummer, Preis-Leistungs-Nummer. Und da stehen die halt in nichts zurück. Also das ist wieder der Wahnsinn der Hingucker, wo ich dann wieder sage, jo. Wo ich dann für die Preise auch in Kauf nehme, dass wir kein drahtloses Laden haben. Hey, dafür reichen die 33 Watt Dicke. Auch bei den dicken 5000 und fast 5000 mAh großen Akkus. Und die Akkulaufzeit ist bei allen Geräten traumhaft. Richtig, richtig gut. Das ist wieder das, wo ich mir sonst immer gesagt habe, boah, stell dir die Akkulaufzeit mit einem OLED-Display vor. Hier mit so einem fetten Akku. Gar keine Bedenken. Akkulaufzeit und Performance sind von der ganzen Reihe große Schlicht. So, also das ist so wieder was. Da muss man sich dann wieder überhaupt gar keine Gedanken machen. Um noch den letzten Negativpunkt aufzugreifen, den ich aber beim Preis wieder okay finde. Ich hätte es natürlich gerade beim Proben ein bisschen besser gefunden. Das drahtlose Laden haben wir durch. Die IP-Zertifizierung auch. Nur noch der einzige Hinweis, gerade bei Geräten ohne Speichererweiterungsmöglichkeit führe ich den immer an, wenn als USB-Standard nur USB 2.0 verbaut ist. Das dauert teilweise, wenn man da seine Sachen hin und her schieben möchte. Ich möchte nur, dass man gewarnt ist. Es ist halt der Unterschied, was weiß ich. Ich habe 20 GB an Urlaubsfotos und wenn ich die halt nicht in die Cloud packen will, sondern auf den Rechner sichere. Es macht einen Unterschied, ob ich da zwei Minuten warte oder 20 Minuten. Ja. Das war's. Das ist die neue Mi 10T-Reihe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von den Geräten haltet. Also, nur mal um das zusammenzufassen. Auch mein Favorit hier ganz klar, das Light und dann in dieser krassen Gold-Blush-Rose-Gold-Farbe. Das sieht echt aus. Welches würdest du wählen? Ja, klar. Habe ich ja am Anfang schon gesagt. Auf jeden Fall das Light, ja. So. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.